Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zu unserem nächsten Fachseminar zum Arbeits- und Steuerrecht der pauschaldotierten Unterstützungskasse am 5. Februar 2013 in unsere Räume in Nürnberg einladen. Das Fachseminar findet in der Zeit von 10 bis 16 Uhr statt. Die Teilnehmer, die bereits an Seminaren zur pauschaldotierten Unterstützungskasse in unserem Hause teilgenommen haben und den Test im Anschluss an das Seminar erfolgreich bestehen, erhalten vom Institut für moderne Vergütungssysteme und betriebliche Altersversorgung ein Zertifikat. Weitere Informationen können Sie dem beigefügten Filmbeitrag aus einem vorherigen Seminar entnehmen. Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.